Das ist Gießen. Eine Stadt, die mal eine Straßenbahn besaß und auch heute noch über ein beeindruckendes Netz von Eisenbahnen verfügt, die hier zusammenlaufen. Trotz einiger Stilllegungen in den vergangenen Jahren. Doch heute ist Gießen eine Autostadt. Der Anlagenring um die Innenstadt und ein äußerer Autobahnring erschließen mit den Verbindungsstraßen jeden Winkel der Stadt. Asphaltflächen, große Kreuzungen, Parkhäuser und Stellplätze prägen das Stadtbild bis zum Beginn der kleinen Zone, die im Innersten den Fußgängerinnen vorbehalten ist. Das geht anders. Wir fordern für Gießen die autofreie Innenstadt, ein enges und gutes Netz von Fahrradstraßen sowie den Nulltarif mit einer leistungsfähigen Regiotram, die über die Zugstrecken der Umgebung kommend künftig durch die Innenstadt fährt. Die zentrale Radverbindung soll auf den inneren beiden Spuren des Anlagerings geschaffen werden. Dann können RadlerInnen in direkter Nähe zur Innenstadt in beide Richtungen fahren, je Richtung eine Spur. Die Autos nutzen nur noch die äußeren zwei Spuren von Nord, West, Süd und Ost Anlage. Auch jeweils eine pro Richtung. Genau das haben wir gemacht. Für fünf Stunden. Straßenfest vor dem Stadttheater und zwei Richtungs-Fahrradweg auf Südanlage, Goethestraße und Neuenbeul. Zwei größere Fahrraddemos am Anfang und am Ende durch die ganze Innenstadt. Infostände, Lastenfahrräder, Liegeräder und viele skurrile Eigenkonstruktionen. Essen, trinken, frischen Apfelsaft pressen, eine Fahrradwaschanlage und viele, viele kleine und größere lustige Ideen. Dazu Livemusik, ein DJ und viel Spaß und Fete rundherum. All das zeigte, wie schön eine Stadt wäre ohne Autos. Rundherum gab es weitere Aktionen, zum Beispiel mit unseren Gehzeugen, einem Holzrahmen in der Größe eines Autos und völlig legal auch allein damit durch die Stadt zu ziehen. Denn der Paragraf 25 Straßenverkehrsordnung sagt, dass Fußgängerinnen, die ein großes Teil dabei haben, was nicht auf den Fußweg passt, die Straße benutzen müssen. Und so ist es mit unserem Gehzeug. Das könnt ihr in Zukunft permanent in der Stadt Gießen einsetzen. Quasi eine Ein-Mensch-Demo. Das Wichtigste aber war, ein Teil der Innenstadt war autofrei. Und wir hatten unsere Fahrradstraßen auf der Südanlage, einem Teil der Goethestraße, auf der Johannesstraße und in der Neuen Beuhe. Am Ende mussten wir unseren eroberten Raum wieder aufgeben. Die Barken wurden entfernt und die Autos strömten wieder in die Südanlage. Aber wir haben einen Anfang gesetzt und am Ende soll es immer so sein, wie die fünf Stunden am 20. Oktober 2018. Wir freuen uns über eure Unterstützung und ein Ende von Lärm, Gestank, Angst und Gedränge in Stadt und Umland. Nachdem Kind von acio Geoff oder machen Vielen Dank.